Hallo Leute, Apple hat mit iOS und iPadOS 16.3 ein neues Update für iPhone und iPad veröffentlicht. Und in diesem Video zeige ich euch wie immer alles, was ihr über das neue Update wissen müsst. In einigen Szenen werdet ihr für einen besseren Vergleich auf der linken Seite ein iPhone mit iOS 16.2 und auf der rechten Seite eines mit 16.3 sehen. Als erstes werfen wir einen Blick in die Einstellungen zur Notruf SOS. Dort ist aus Durchhalten Anrufen, Durchhalten und Loslassen Anrufen geworden. Halte ich jetzt also die entsprechenden Tasten gedrückt, startet wie gewohnt der Countdown. Damit der Anruf dann aber stattfindet, reicht das alleinige Ablaufen des Countdowns nicht aus. Zusätzlich muss ich die Tasten, die ich dabei gedrückt hatte, jetzt auch loslassen. Erst dann wird der Anruf getätigt. Und mit der neuen Funktion Diskret Anrufen kann ich diesen lauten Signalton während des Countdowns sowie auch die Lichtsignale über den Blitz deaktivieren. Passend zum Black History Month gibt es jetzt in der Hintergrundbildgalerie eine neue Unity-Kategorie. Darunter befindet sich jetzt das eine Unity-Hintergrundbild, das zuvor in den Sammlungen war, aber es gibt jetzt hier auch dieses neue Hintergrundbild. Durch Wischen auf die Seite kann ich dann hier zwischen verschiedenen Stilen oder besser gesagt Farben wählen. In den Einstellungen unter meiner Apple-ID hier ganz oben, unter iCloud, finde ich ganz unten den Punkt Erweiterter Datenschutz. Das ist mit iOS 16.2 hinzugekommen, startete jedoch damals vorerst nur in den USA. Wie wir sehen, unter 16.2 steht das auch entsprechend hier geschrieben, aber unter 16.3 ist einerseits dieser Hinweis hier oben verschwunden, andererseits ist es jetzt auch hier unten möglich, diese Funktion zu aktivieren. Denn mit 16.3 ist der erweiterte Datenschutz jetzt weltweit verfügbar. Aufgrund dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mit der wir es dann hier zu tun haben, betont Apple hier auch nochmal deutlich, dass nicht mal Apple selber den erforderlichen Schlüssel zum Wiederherstellen der Daten hat. Das heißt, ich bin dann selbst dafür verantwortlich und muss dann entsprechend hier auch eine alternative Wiederherstellungsmethode einrichten, zum Beispiel einen Wiederherstellungskontakt oder einen Wiederherstellungsschlüssel. Was also jetzt hier passiert, um es nochmal kurz zusammenzufassen, iCloud verschlüsselt meine Daten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wie es hier geschrieben steht, selbst im Fall einer Datenschutzverletzung sind die Daten in der Cloud dann geschützt. Und nicht mal Apple selber kann darauf zugreifen. Und da unten aufgelistet seht ihr dann, welche Dienste bzw. Daten davon betroffen sind. Wer sich den neuen HomePod kauft, sollte auf jeden Fall 16.3 auf seinem iPhone und iPad installieren, denn dieses Update bringt auch offizielle Unterstützung für den neuen HomePod mit sich. Auch der HomePod bekommt im Allgemeinen ein 16.3-Update mit einigen neuen Funktionen. Und weil das doch umfangreicher ist, plane ich ein eigenes Video dazu zu machen. Also hier nur die Kurzfassung, es gibt Verbesserungen bezüglich der Hintergrundgeräusche, Wo ist, Siri, Optimierung gesprochener Inhalte, Lautstärkeregelung und der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, der von Beginn an im HomePod Mini verbaut war und jetzt auch im großen HomePod verbaut ist, wird mit diesem Update nun endlich aktiviert. Mit 16.2 damals ist auch ein umfangreiches Update für die HomeKit-Architektur erschienen. Ich konnte das Update noch installieren, hatte bis jetzt glücklicherweise gar keine Probleme damit. Warum sage ich das? Apple musste das Update nämlich kurz danach wieder zurücknehmen, da es bei einigen Nutzern zu Problemen kam. So hatte das dann bei mir ausgesehen, Apple hat jedenfalls angekündigt, dass dieses Update wieder zurückkommen wird. Wie es aussieht, könnte Apple dieses HomeKit-Update mit 16.3 zurückbringen. Sicher kann ich euch das zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe, noch nicht sagen. Aber werft einfach mal einen Blick darauf nach dem Update auf 16.3, ob euch dieses HomeKit-Update vielleicht schon angezeigt wird. Falls nicht, dann müssen wir uns vielleicht noch gedulden. In den Einstellungen, wieder unter der Apple-ID, unter Passwort und Sicherheit, ist die Neufunktion Sicherheitsschlüssel hinzufügen hinzugekommen. Damit ist es dann möglich, alternativ zur bereits bekannten Zweifaktor-Authentifizierung einen physischen Fido-zertifizierten Sicherheitsschlüssel zu benutzen. Genau genommen muss ich dann zwei solche Sicherheitsschlüssel einrichten, das heißt, falls einer verloren gehen sollte, habe ich dann immer noch sozusagen eine zweite Chance. Kommen wir zu ein paar Fehlerbebungen. In Freeform konnte es vorkommen, dass eine Linie, die ich mit dem Finger oder auf dem iPad mit dem Apple-Pencil gezeichnet habe, auf geteilten Boards nicht korrekt angezeigt wurde. Das soll laut Apple nun behoben sein. Ebenso konnte es passieren, dass einem das Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm nicht mehr angezeigt wurde. Also mit anderen Worten, es wurde dann einfach nur ein schwarzer Hintergrund angezeigt. Auch das soll laut Apple nun behoben sein. Es konnte auch vorkommen, dass das Home-Widget auf dem Sperrbildschirm die Informationen nicht korrekt oder aktuell angezeigt hat. Mit 16.3 sollte das laut Apple nun besser funktionieren. Es konnte auch vorkommen, dass Siri-Anfragen während der CarPlay-Nutzung nicht korrekt verarbeitet oder verstanden wurden und dass Siri auf Musik-Anfragen nicht korrekt reagiert hat. Speziell auf dem 14 Pro Max hatten einige Nutzer das Problem, dass nach dem Aufwecken des Displays für eine kurze Zeit horizontale Linien auf dem Display angezeigt wurden. Ich als 14 Pro Max Nutzer hatte das Problem bisher noch nicht, aber auch das gibt Apple jetzt als behoben an. Abgesehen von all dem kann es sowieso wie immer sein, dass dieses Update noch weitere Fehlerbebungen enthält, Stabilitätsverbesserungen und vielleicht auch Optimierung in der Akkulaufzeit. Es gilt also wie immer, dass falls man bisher unter iOS 16 noch Probleme hat, noch nicht so ganz zufrieden ist, dass dieses Update dabei helfen und das Ganze weiter optimieren könnte. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe, gab es von Apple noch keine offiziellen Informationen hinsichtlich Sicherheitsupdates oder geschlossener Sicherheitslücken. Aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass so ein Update meistens auch Sicherheitslücken schließt, was es dann eben auch empfehlenswert macht, so ein Update zu installieren. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich hier einmal mehr sagen, dass iOS 16 auf meinem iPhone nach meiner alltäglichen Erfahrung insgesamt zufriedenstellend gut läuft. Probleme begegnen mir sehr selten, Performance ist sehr gut, die Akkulaufzeit ist im Vergleich zum Release von 16.0 damals auch schon besser geworden. Aber wie immer sage ich dazu, das ist auch nur meine Erfahrung. Jeder macht unterschiedliche Erfahrungen, bei manchen läuft es gut, bei manchen läuft es schlecht. Deswegen geht die Frage am Ende auch wie immer an euch. Wie sieht denn eure Erfahrung aus? Seid ihr mit iOS 16 soweit zufrieden oder habt ihr noch Probleme? Und falls Probleme bestehen, hat sich nach 16.3 bei euch noch merkbar irgendetwas verändert? Läuft jetzt irgendetwas besser? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist dann auch schon alles, was ihr zu iOS und iPadOS 16.3 wissen müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos schon mit dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.